Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute wie du ein Babymützchen für Neugeborene von 0 bis 6 Monaten machen kannst. Was wir dazu brauchen ist wie immer Wolle. Ich habe hier die Wolle von der Contessa 12-fach gedrehte Mikrofaser in 100 Gramm auf 220 Metern Lauflänge. Wir brauchen dazu weiter noch eine Häkelnadel in der Stärke 4. Wenn du möchtest kannst du auch eine größere Häkelnadel benutzen. Ich benutze aber jetzt für diese Mütze eine Häkelnadel in der Stärke 4 und eine Schere. Dieses Mützchen häkeln wir im Zusammenhang mit der Ausfahrgarnitur, die ich im anderen Video, das ich euch unten in der Infobox verlinken werde, gezeigt habe. Wir beginnen mit dem Magischen Ring und häkeln nun 8 halbe Stäbchen in den Magischen Ring hinein. Dazu nehmen wir 2 Luftmaschen auf. 1, 2, haben somit schon unsere erste Masche und häkeln weitere 7 halbe Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Wir schließen diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche. Und beginnen nun mit der zweiten Runde. In die zweite Runde häkeln wir jeweils 2 halbe Stäbchen pro Masche, dass wir auf eine insgesamt Maschenanzahl von 16 kommen. Wir nehmen wieder 2 Luftmaschen auf und haben somit unser erstes halbe Stäbchen. Wir stechen hier in diese Masche hinein und haben das zweite halbe Stäbchen. Nun gehen wir Masche für Masche weiter jeweils mit 2 halben Stäbchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 und die nächste an der letzten masche wieder angekommen schließen wir auch diese runde wieder mit einer kettmasche in die anfangsmasche wir häkeln wieder zwei luftmaschen auf die nächste runde häkeln wir im wechsel ein halbes stäbchen und zwei halbe stäbchen ein halbes stäbchen zwei halbe stäbchen und ein halbes stäbchen zwei halbe stäbchen zwei halbe stäbchen zwei halbe stäbchen zwei halbe stäbchen und ein halbes stäbchen und zwei halbe stäbchen ein halbes stäbchen zwei halbe stäbchen und wir schließen unsere runde mit einer kettmasche in die anfangsmasche der runde wir heben uns wieder zwei luftmaschen auf und häkeln jetzt die ersten beiden maschen jeweils mit einem halben stäbchen und die dritte masche mit zwei halben stäbchen im wechsel 1 2 halbe stäbchen und zweimal in dieselbe masche in die dritte luftmasche in die dritte masche der runde und nochmal 1 2 3 und hier wieder doppelt einmal ein halbes stäbchen noch ein halbes stäbchen und zwei halbes stäbchen in die nächste masche 1 2 eine masche zweite und dritte wieder doppelt behäkeln 1 2 und die dritte wieder doppelt da kommt schon wieder ein knoten 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 5 4 4 5 5 6 9 10 10 10 11 12 12 11 Und vier Doppelbehägel. Wie ihr seht, sind das hier unsere Zunahmerunden, die wir dann in der achten Runde beenden werden. Zwei. Drei. Und die vier Doppelbehägel. Und die vier Doppelbehägel. Und die vier Doppelbehägel. Hier schließen wir auch wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Häkeln wieder zwei Luftmaschen auf und haben somit wieder ein erstes halbes Stäbchen. Nun häkeln wir vier einzelne halbe Stäbchen und in die fünfte Masche zwei halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, und in das fünfte zwei halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, und in das fünfte zwei halbe Stäbchen. Das fünfte Doppelbehägel mit zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, und in das fünfte zwei halbe Stäbchen. Die fünfte Doppelbehägel mit zwei halben Stäbchen. Und die fünfte Doppelbehägel mit zwei halben Stäbchen. Die fünfte Doppelbehägel mit zwei halben Stäbchen. Und die fünfte Doppelbehägel mit zwei Luftmaschen. Und die fünfte Doppelbehägel mit zwei halben Stäbchen. Und in die sechste Masche zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. 1, 3, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und in das fünfte zwei halben Stäbchen. und wieder in die sechste zwei halbe Stäbchen. Dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde. So, wir beginnen weiter, wir beginnen, auch diese Runde haben wir wieder mit zwei Luftmaschen angefangen und häkeln jetzt sechs Maschen jeweils mit einem halben Stäbchen und die siebte mit zwei halben Stäbchen und so, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wie ihr seht, ist das eine ganz, ganz schnelle, ganz schnell zu häkelnde Mütze. Das schafft ihr ganz schnell innerhalb eines Nachmittags oder eines Abends vor dem Fernsehen. ganz locker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sieben. Auch die siebte Runde schließen wir mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. So schnell sind wir jetzt bei Runde 8 angelangt, die wir auch mit zwei Luftmaschen beginnen. Häkeln sieben Maschen mit halben Stäbchen und die achte Masche mit zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sieben. Achte mit zwei halben Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 11, 18, 18, 19, 19, 19. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind jetzt bei der achten Reihe angekommen und können unsere Arbeit gleich beenden. Wie gesagt, gehört dieses Mützchen zu der Ausfahrgarnitur Babylade. Das Video dazu könnt ihr bei mir in der Infobox finden, ich verlinke es euch später und auch die passenden Schüschen dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und mich zu abonnieren. Die letzte Masche hängen wir hier einfach mit einer Kettmasche. Wir ziehen den Faden ab, ziehen den Faden durch und verhäkeln den Faden einfach nach innen. Schon ist unser Baby-Mützchen für die Ausfahrgarnitur fertig. Und fertig ist unser Baby. Neugeborene Mütze für Babys von 0 bis 6 Monaten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.